Jo Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Diesmal zeige ich euch, wo ihr das Rückenaccessoire für Sorana finden könnt. Dazu müsst ihr Sorana erst einmal freischalten. Das funktioniert aber ganz einfach, indem ihr alle versteckten Buchstaben eingesammelt habt. Dafür verlinke ich euch jetzt nochmal oben alle Buchstaben Fundorte, falls ihr noch irgendwelche Buchstaben einsammeln müsst. Als nächstes benötigt ihr theoretisch den Ladebildschirm bevorstehendes Chaos. Den blende ich euch jetzt kurz ein und hier sehen wir auch schon die Koordinaten, bei denen wir das Rückenaccessoire finden sollten. Jedoch werden wir das Rückenaccessoire nicht an den angegebenen Koordinaten finden können. Aber ich zeige euch jetzt den richtigen Fundort. 2 3 4 5 5 Ich verlinke euch jetzt oben auch noch das Video für den Fundort der Spitzhacken.